Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Zwei Punkte nach drei Spielen ist sicherlich aus unserer aller Sicht durchaus in Ordnung und jetzt steht das nächste wichtige Spiel an gegen Union Berlin. Gewinnst du die ganze Geschichte, werden wahrscheinlich alle sagen, wow, guter Saisonstart, eine Pleite gerade mal und das am ersten Spieltag. Verlierst du das Spiel, werden viele sagen, oh, gerade mal zwei Punkte, ist natürlich schon relativ dünn. Sprich, das Spiel hat schon eine gewisse interessante Signalwirkung. Natürlich ist aber auch klar, dass es schwer wird, Union Berlin zu schlagen, die schon sieben Punkte geholt haben. Und die Bild hat nun erklärt nun mal, auf welche Effekte unser Trainer Frank Kramer setzen möchte. Und dort ist vor allen Dingen auch Simon Terodde ein großes Thema. Denn in Wolfsburg hat er ja zwei Elfmeter verschossen, auch in den zwei Spielen zuvor konnte er nicht treffen. Aber jetzt stürmt er natürlich mit doppelter, dreifacher Motivation. Er brennt auf sein erstes Saisontor. Und auch dazu wurde dann gesagt, es gibt Möglichkeiten, Wolfsburg wieder gut zu machen. Und natürlich gibt es auch erstmal grundsätzlich eine ganz gute Nachricht für Simon Terodde. Denn Sebastian Polter kann zwar nach seiner Muskelblessure wieder spielen, bleibt aber vorerst wohl nur auf der Bank. Sprich, Terodde darf stürmen und soll endlich auch sein erstes Tor machen. Punkt 2, der wichtig ist für Spieler und unser Torwart, Alexander Schwolo. Denn nach zwei Patzern in den ersten zwei Partien war ja unsere Nummer 1 gegen Wolfsburg der beste Schalker. Und natürlich gilt es jetzt auch für ihn, diesen Aufwärtstrend zu bestätigen. Und Kramer sagte dazu, Alex ist entschlossen, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Schafft er das, wird auch er natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein für unseren ersten Bundesligasieg in der aktuellen Saison. Und logischerweise, es ist Heimspiel angesagt. Was da auch nicht fehlen darf, sind wir Fans. Und auch die werden wieder eine große und zentrale Rolle spielen. Denn gegen Gladbach haben ja mehr als 60.000 Schalker schon gezeigt, dass die Fans da sind, dass wir da sind und dass diese Energie auch die Mannschaft aufladen kann. Und Kramer hat auch da nochmal an uns alle Fans appelliert. Die Atmosphäre in der Arena wird wieder geil. Gerade um gegen Union zu bestehen, brauchen wir diese Unterstützung. Denn mit Blick auf die nächsten Aufgaben, Stuttgart und Bochum, wäre natürlich ein Sieg gegen Union. Und schon mal ein erstes wichtiges Zeichen, um auch in diese Spiele, wo es vielleicht auch gegen direkte Konkurrenten geht, auch wirklich mit breiter Brust antreten zu können. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Le Schalker.